Grafen Sieben auf in der Neues Abenteuer ich hab äh leck' mich am Arsch. Ich nehm Mülleimer, Mr Mülleimer. I'm your worst man. Wurst man. Ich nehm ihn Wurst man. Nein, no. Ach guck mal, mit dem Schnorchel, wie süß. Nein, da rum! Nein, scheiße. Kacke, oh nein. Oh, das ist Luftblasen. Hallo, ich bin Megaman. Wieso? Ah, okay. Na, danke. Toll. Nicht mehr zur Schule, geh. Was ist denn das? Scheiße, scheiße. Oh, toll. Kaputt. Nochmal neu. Nein, bitte. Nicht. Boah. Wie viel hält der aus? Ja, es geht so schneller. Ha, boah. Okay. Oh Gott, schaut mal im Hintergrund. Ein Skelett? Könnt es mir doch auch mal. Na, dann könnte es mir doch mal. Ach, das kann doch nicht sein. Aha. Anlaufer, ja. Bei des Rätsels Lösung. Guck mal, ob das was... Nein. 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 Ach, scheiße. Ha, ha. Bam, 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 bam. Ist der Finger oben, wird man dich loben. So sagte mal ein Freund von mir. Oh Gott, was ist denn das? Aha. Hallo, hallo, hallo. Äh, was geht denn jetzt hier ab? Nein, 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 bitte, 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 nein. Hihihihi. Na, Mann. Die Blitzkugeln bestehen aus purer Energie, nicht wahr? Warum fragt ihr das alles nochmal, was wir wissen? Freunde, wie es hier weitergeht im aufregenden Teil, sehen wir am nächsten Teil. Äh, ja, wie es hier bei Mega Man weitergeht, sehen wir am nächsten Teil. Bin schon ganz aufgeregt. Ach, Herr Jemine. Ja, das, äh, wild kennen wir, ja. Äh, 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 wie heißt er? Front Man. Spring Man. Ha, ha. Spring Man. Ach, Herr Jemine. Blum, 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 blum. Der arme Mega Man. Na ja, Kopfschmerz vom Zusehen. Oh, Gott sei Dank. Hä, wie hab ich das gemacht? Scheiße, jetzt schon? Nein, okay, nein, 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 nein. Uh, was ist das? Was geht denn jetzt hier ab? Was? Was? Ha, ha, ha. Nein, ah, wenn man einmal genug Wurst drin hat. Ah, kacke. Bäm. Drecksack. Nicht rosa. Ach, Herr Jemine. Wir sind doch nicht rosa. Wir sind quietsch-rosa. Ja? Ach. Hier ist ein Ding. Oh. Oh, scheiße. Belupschi. Belupschi, frisst mich. Ich möchte auf jeden Fall ein bis dann Mega Man. Nein, ich will nicht ra... Nein. Ey, willst du mich verarschen? Ich habe einige Tipps von euch bekommen, welchen Gegner man wie besiegen kann. Vielen Dank dafür. Das Problem, ich hab's vergessen. Nein! Nein, bin ich bekloppt. Da möchte ich jetzt keine Antwort drauf machen. Nein, da oben sind Stacheln. Ach, scheiße. Jetzt entdecke ich... Ups, das. Nein! Oh! Oh, Gott sei Dank. Ja, das war zu erwarten, dass Dr. Frankenstein kommt. Ne, Dr. Dracula. Dr. Frankenstein. Dr. Dracula. Ich bin nicht mehr auf dem Urlaub. Marisch. Okay, damit kann ich ihm den meisten Schaden geben. Nein! Ey, das kann doch nicht sein! Wieso rutsche ich jedes Mal in den rein? Und wieder! Ey, Moment mal, der erlebt sich auf die Sauk von meiner Energie. Ja! Boah, lecker mich ab. Allein er hat das. Slashman, Salzmann. Nein, nicht wirklich. Oh nein, ich hasse diese Dinger. Boah. Hatte ich erwähnt, dass ich diese Dinger hasse? Boah. Hatte ich erwähnt, dass ich diese Dinger hasse? Ich glaube, ja. Okay, und hier muss ich jetzt abspringen. Komm, du liebes Vieh. Oh, der ist ja richtig süß. Oh, guck mal. Nein, das ist ja... Nö. Hier. Nein, 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 das ist gemein. Nacht. Ach, das ist doch zum Kotzen. Nein, ich bin... Pfff. Äh. Okay, jetzt zurück. Zack. Okay, scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ah, haha. Jetzt haben wir hier wieder bestimmt ein D... Oh, wow. Was ist denn das? Oh, da schlüpfen kleine Dinger und wie knoppig. Ah, haha. Nein, ich bin... Steh drin. Scheiße. Ah, haha. Ah, haha. Ich hab aber auch getroffen, mein Freund. Ah, haha. Oh Gott. Nein. Ich renne auch noch in beide rein. Ah, haha. Der User, ElfDarkSpyro, ich hoffe deinen Namen hab ich richtig ausgesprochen. Hat mir im letzten Teil einen super Kommentar gegeben. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal diesenjenigen hier unten vornö... vor... vornömen? vornömen? Und dann wollen wir mal gucken, was der uns so gibt für ne Waffe. So. Den haben wir hier. Den Turbo Man. Okay, durch. Na, aber... Okay, was ist das? Gegen der er... Ich hab die Feuerwaffe. Aber er hat mich auch. Wörter ist gleich Geschichte, mein Freund. Du bist Geschichte. Scheiße. Ja, ich muss das nochmal spannend machen. Bäm. Der war einfach... Und ich hab meine Feuerwaffe. Jawollo. Den Wald abflämmen mit unserer geilen Waffe. Ja. Ha, 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 ha. Guck mal, die Schlange. Ha, 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 ha. Wie geil. So Mogi dat. Ja. ElfDarkSpyro. Ich hoffe immer noch, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Vielen lieben Dank. Und da ist die Leiter. Jawollo. Dann können wir hier mit Rush hoch... Äh, oder auch nicht. Wir können mit Rush hoch... So. Boah, das war knapp. Okay, ich möchte vorher nichts loswerden. Ja, Mann, Mann. Aber naja, das ist nur meine kleine schmale Meinung und die ist ja lieblich. Ich... Ich... Nein, 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 nein. Du sollst abhauen. Ja, ja, ja. Richtig. Ja, das passiert, wenn ich da jetzt... Okay, das passiert. Nein, nein, nein. Hallo, Piet. Hallo, Piet. Piet, ja, Piet. Wo? Du idiotischer Vogel. Ich hasse dich, Piet. Ja, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ach, ey. Äh, wer ist das? Nein, wie kann ich den denn... Nein, äh, wie hab ich das denn jetzt gemacht? Kacke! Ah! Nein! Scheiß! Was geht denn hier ab, Mann? Ein Energietag. Nein! Ich hab die falsche Kiste schon... Ich krieg die Krise, ja. Ich krieg echt die Krise. Mein scheiß Gamepad. Jedes Mal wie die falsche Taste. Jetzt ist gut. Nein, ich hab gesagt, ist gut. Oh, Schildkröte, da oben. Ich liebe Schildkröten, Freunde. Hab ich das erlebt? Super, Travel, Angriff. Wo sind wir hier bei Pokémon? Nein! Oh, Gott sei Dank. Das ist wahrscheinlich auch der falsche Anzug jetzt hier. Ich weiß. Was ist das? Oh, die Schildkröte, die Knuppe. Ja, und ich bin schon wieder tot. Oh, das sieht scheiße. Ich wollte gerade sagen, dass das gut aussieht. Ach, herrje, Mine. Nein! Scheiße! Och, oh, nö. Okay, wo starten wir denn? Was? Nein, wie geil. Das ist ja geil. Na gut, dann müssen wir wohl hier runter. Nein, ich hasse sowas. Nein! Nein! Ah, ihr seid doch Dreckssäcke. Scheiße. Ey, bin ich bescheuert oder was? Oh, das kann doch nicht sein. Nein! Kacke, das war ich verkehrt. Das. Ach, ey, was? Wo geht der hin? Boah, was ist das? Schau hoch. Schau hoch. Ob ich damit recht habe? Oh, gerader Weg nach unten. Das ist nicht schlecht. Wir müssen nochmal gegen alle Bosse ran. Wie in jedem anderen Mega-Mental auch. Ich hasse es, Freunde. Nein! Ach, trotzdem erwischt. Hahaha. Nein! Nein! Scheiße. Ich mache es gerne spannender, als es sein muss. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Ähm. Ja. Jawoll. Nein, schon wieder. Haha. Ich habe schon wieder gepennt. Ah. Scheiße. Scheiße, hallo ab, Mann. Scheiße. Nein, nein, nein. Hahaha. Komm, bitte noch. Nein. Oh, und ich. Hä? Wie, wie habe ich denn jetzt hier? Hä? Ja, 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 ja. Ja, gut Tag. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse diesen Kerl. Ich hasse ihn. Meine Fresse. Leck mich doch am Sack. Entschuldigt, Freunde, aber ich bin ja gerade wirklich aufgebracht. Ja, guten Tag. Komm, nein! Nein! Ach, komm, scheiß drauf. Ah, ist das geil, Freunde. Ist das geil. Nein, falsche Waffe. Naja, das bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Mann! Wow! Ey, Kai, wie habe ich denn das gemacht? Oh! Mann! Mann! Entschuldigt, Freunde. Was, wir können auch hochsp... Nein! Nein! Schon wieder. Da wird man aber klopfen, halt. Jetzt ist er da oben wieder. Meine Fresse! Ich will nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr. Nein, 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 nein. Nein! Ich habe ihn. Ich habe ihn fast. Ich habe ihn fast. Einmal noch. Bäm! Ja! Ich habe ihn fast. Ich habe ihn fast. Ach, hey, der Saran ist ja größer als ihr. Nein! Er haut schon wieder ab. Ach, herrje. Ach, herrje. Ja, guck mal, er püscht sich. Ja, jetzt kommen sie wieder. Freeze Man! Shigeaki Sakamoto! Oh, jetzt kommen sie alle wieder, wie ich sie vermisst habe. Freunde! Wir haben das endlich geschafft. Planer, ja, dem sollten sie mal echt mal einen von den Latz knallen. So, um es muss ich bleiben. Ich kümmern euch jetzt mal um jetzt mal einen anderen. Let's Plays! Oh, da ist er wieder. Spring Man! Freeze, den anschießen. Ja, und es klappt sogar. Ja, und wir bekommen Schnee. Oh, oh, oh. Ja, die Hand erkennt... Hallo, ich habe keine Hand mehr. Hallo? Danke. Nein! Nein, er wurde nicht. Äh, was er kennt? Oh, oh. Okay. Hey, wie viel hält der aus? Na, ach, das kann doch nicht sein. Wieso? Aufmerksamkeit. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020